Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Es tut mir leid, aber das müssen Sie schon selber machen. Bloß weil ich Kassenpatient bin? Entschuldigung, gibt's hier ein Problem? Ja, mein Problem ist hier die Zweiklassengesellschaft. Ich meine, wenn ich irgendwo Blutspenden gehe, dann zapfe ich mir das nicht selber ab, sondern eine Krankenschwester macht das. Guter Mann, das läuft hier ein bisschen anders. Wir sind eine Samenbank. Ja und? Ist mir egal. Ganz mieser Service. Da muss ich wohl zur Konkurrenz gehen. Jetzt warten Sie doch mal. Da findet sich bestimmt noch eine Lösung. Vielleicht kann das ja Alex machen. Alex? Kommst du mal bitte? Geht doch. Ich mach selber.